Mein Name ist Matthias Schwitze. Ich bin hier bei Mahle im Aftermarket Key Account Manager und für die Region Westdeutschland verantwortlich. Also dort bin ich für die Kunden unterwegs. Ein wichtiger Bestandteil bei uns im Aftermarket ist das Thermomanagement. Was ist das Thermomanagement? Thermomanagement wird immer wichtiger werden. Also gerade wenn man an die neuen Antriebe beispielsweise denkt. Klimaanlage, früher ein Komfortmerkmal, zukünftig entscheidend, um beispielsweise die Batterie zu temperieren Richtung Reichweite und Lebensdauer der Batterie. Unser Sortiment ist riesig mit 25 Produktgruppen im Bereich Thermomanagement. Das steht bei uns für Ersatzteile der Fahrzeugklimatisierung und Motorkühlung. Wir wollen Autofahrer aufklären hinsichtlich Klimacheck, Klimaservice. Wir wollen technisch die Werkstätten unterstützen, damit auch da das Wissen, die Kompetenz ankommen. Innerhalb der Thermokampagne bieten wir ein Thermopaket zum Beispiel. Sehr viel technische Unterstützung, auch Marketingmaterial bis hin zum wertigsten Werbemittel eigentlich in diesem Paket. Das ist das Füllmengenhandbuch für Kältemittel und Öl. Ich bin seit 2020 bei Male, bin schon seit 17 Jahren im Aftermarket unterwegs, kam aus einem sehr großen Unternehmen. Male ist dann nochmal schlagartig doppelt so groß und hat schon eine Aura, ein Flair. Das muss man ganz klar sagen. Ich fühle mich hier wahnsinnig wohl. Wir haben ein sehr starkes Portfolio rund um Ersatzteile. Wir sind aber auch sehr stark aufgestellt Richtung Werkstattausrüstung, über Male Service Solutions, um nicht nur Teilelieferanten, sondern Lösungsanbieter zu sein. Weil Teile liefern können viele. Wir wollen einfach mehr. Das macht sehr, sehr, sehr viel Spaß. Und da kann man mit Stolz draußen unterwegs sein und auch ein paar Kilometer reisen, um die Marke nach vorne zu bringen. Und da kann man mit Stolz draußen unterwegs sein.